Wir haben uns stark verliebt zusammen in die Klasmatics-Ärisch. Wir sind gegangen auf etliche Klasmatics-Konzerten. Ich denke, eins, wo wir haben gedarf stehen in The Blue Note Club in Manhattan. Und es ist gewesen ein wilder Oelem und es ist gewesen ein wunderlicher Konzert. Und hacke begeistern dich. Und wir haben sich gelernt, die alle Lieder von euch sind wenig. Und von der Klasmatics zu Alicia Svigels haben wir gehört. Und aber auch die neue Quali von Klasmermusik, was es auch reingemischt mit Jazz. Und wir haben auch gehört, ein wunderschön Konzert in der Fez, ein Abend. Und wir sind gewesen, wir sind gewesen noch aus jung. Aber das hat take, die Klasmermusik, und nachher kommen wir auf der Jüdisch-Wachsaufguss auf, hat uns beide begeistert wegen der Schäferischkeit, was Jüdisch schafft in jüdischer Kultur. Das hat eine lebendige, interessante, kulturelle Schäferisch, Tiefschäferisch, was Mischterrein hervorragend ist von anderen Kulturen und anderen Kulturen. Das hat politische, kulturelle Bewusstsein. Das hat eine Bewusstsein, was sie tun. Und für mich ist das gewähne Modell von, wie ich will nichts in Jüdisch und für was ich will sich lernen in Jüdisch. Weil sie haben genommen von einer sehr reichen Qual von der Literatur und Folklore und es reingemischt in etwas, ganz original, ganz interessant für sich allein. Ja, es dachte sich, dass der Klasmermusik es gewähne, wo es halt angeheben.